Das Publikum entlarvt sich selbst, indem es dem Mörder den Tod wünscht. Der Widerspruch besteht darin, dass die Geschichte das Gegenteil von dem bewirkt, was sie bezecken will. Der einzige Weg, dem guten Sinn gerecht zu werden, ist, das Böse aus der Welt zu schaffen. Sind wir ehrlich, dann wollen wir das Böse weder verändern noch verstehen. Wir wollen uns bestrafen. Das Gute, oder wie man das am Ende nennen möchte, ist nur selten besser. Bist du böse? Du bist Muslima? Muslima, nein. Du trägst Kopftuch schon lange. Und siehst du an deiner Schläfer, an deiner Stirn? Aus freiem Willen? Drei Dinge will ich nicht. Ich will nicht über Philosophie reden, Lucian. Ich will auch nicht über Religion reden und schon gar nicht über Politik. Ich will heute drei Dinge. Ich will saufen, ich will ficken und ich will es genießen.